Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Land of the Vikings. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben mittlerweile mehr Bewohner. Aber unsere Bewohner meckern, dass es zu dunkel ist. Dann machen wir einmal Pause. Eigentlich dürfte es nirgends zu dunkel sein. Wir machen hier jetzt noch den Weg heller. Außer die meckern unten rechts bei der Eisenmine rum. Das wäre natürlich möglich. Ob wir schon mal die ganze Stadt wirklich schön machen können. Brauchen wir noch sehr viel Silber. Ich mache hier jetzt bloß das Ausleuchten. Hier brauche ich noch alles. Hier habe ich schon. Ja, danke für die... Jetzt habe ich irgendwann die Fackel gesetzt. Wir gucken. Wir machen weiter. Essen haben wir noch genug. Wir wollen jetzt erstmal die ganzen Häuser bauen. Weil unser Lager... Ah, da haben wir noch einiges. Heißt, ich würde sagen, wir... Wir bauen hier gerade noch ein Schiff. Beziehungsweise reparieren eins. Gut, wenn wir genügend Stein haben. Hier oben brauchen sie noch normalen Stein. Wir gehen langsam in Richtung Herbst. Wir haben 27. 20, 10, 0... ...Täler 2, Stone Miner... ...Tishman... Ja, wir lassen jetzt einfach mal hier die ganzen Gebäude noch bauen. wir haben tatsächlich noch ein bisschen was vor uns ein bisschen auch laut so darf der regen prasseln wie er möchte wir fahren hinten das holz weg wir haben 516 holz also ein holz sollte es jetzt gerade nicht scheitern essen haben wir auch genug 606 ok wir haben gerade in sturm deswegen beschleunigen wir nicht mehr ich hoffe das reißt uns keine gebäude ein weil das wäre nicht gut was her steht noch alles also ich bin guter dinge mir wäre es auch lieber wenn die gebäude nur brennen und nicht direkt einstürzen würden bei unserem steindefizit ist das ja sehr gefährlich ja sturm die vorbei ja mein kleines sommer gewitter wir schauen was er uns anbieten kann wir haben nicht viel ich nehme dennoch essen dadurch dass das essen nicht schlecht werden kann und wenn wir dann hier jetzt wirklich stein aufbauen hier die stein storages das hat wieder gebäude kaputt gemacht ja nicht hier auch nicht das hat ein wahrenhaus erwischt nein kein ja 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 und wenn du bei einem haus priorität hoch. Jetzt hoffen wir, dass wir relativ schnell das Ganze bekommen. Ich brauche massiv Stein, immer noch. Unsere Holzplanken werden jetzt langsam mehr, aber wir haben auch 527 Holz. Hier soll auch noch alles gefällt werden. Die sind voll. Die sind voll. Der darf wieder rein. Müller rein. Hier darf einer rein. 20 Stück, die bauen. Stoneminer 10 Stück. Sobald wir dann wieder mehr Leute haben, können wir auch die ganzen Jobs wieder befüllen. Wir kriegen hier durch die Stone Pits so wenig Stein. Essen haben wir hier genug. Also wir können tatsächlich nur warten, bis unsere ganzen Gebäude gebaut wurden. Also wir haben weitaus mehr Geburten jetzt aktuell, als dass Leute sterben. Deswegen hoffe ich, dass es relativ zeitnah wieder noch mehr Leute hat. Aber ich brauche halt wirklich erstmal ziemlich viel Stein, dass ich die ganzen Gebäude bauen kann. Weil so auf der Karte haben wir jetzt eigentlich alles weggefarmt. Äh... Stone Pit. Können wir nur hier oben. Hier können wir gar nichts. Hier haben wir noch Stein. Nehmt den Stein mit, den wir finden. Let's go Leute. Das Essen haben wir jetzt gerade wirklich mehr als genug. Hmm... Da liegt noch Holz rum. Hier liegt überall Holz. Da liegt überall Holz. Hinten wird noch abgebaut. Hier oben hat es auch keinen Stein. Hier unten auch nicht. Ich hätte tatsächlich gerne mehr Stein. Ich habe eigentlich die ganze Karte an Stein, wo man natürlich hier rumliegt, abgefarmt. Hier hat es noch Stein. Hier hat es noch Stein. Hmm... Na gut, sonst finde ich nirgendwo irgendwas. Trio of Life. Ah... Timber Production. Tadane. Auch wenn ich gerne hier jetzt mal auf die Soldaten gehen würde oder auf den Handel... Ich muss aber hier hochgehen. Ich brauche Timber. Und hier nochmal Stein. Mit vier. Okay. Äh... Taylor zwei... Also überall wo wir einen normalen Stein brauchen. hier wollen wir weiterverarbeiteten maler stein normale verweite verarbeitet es wird wieder winter hier unten entstehen langsam auch neue häuser sehr schön aber ich muss sagen in unserem haupthaus haupthaus ist schon hochgesetzt ja gut ich gucke mal hier mal 200 kohle essen fabric fabric könnte ich verkaufen ja ich will das schiff erstmal reparieren reparieren schiff schiff ist hier raus weggeschifft worden hier rein das soll jetzt repariert werden haben Also Holz, das wir zu Feuerholz machen, haben wir auf jeden Fall genug. Vorne das ganze Holz weg, wir haben halt immer noch nicht genug Stein, also ich muss tatsächlich auf vier hoch, dass ich 30% schneller Stein bekomme. Ach der Scheiße, wie viel Holz wir hier haben. Ich fälle doch schon die ganze Zeit die Bäume. Und schau, wie wir hier fällen, so wurde aus Island, Island. Beziehungsweise Grönland wurde so. Oder? Schreibt es gerne in die Kommentare, welches Land die Wikinger nochmal so abgerodet haben. Das ist aus einem schönen Bewachsenen, das müsste aber Island gewesen sein. Äh, Grönland? Boah, das müsste ich jetzt googeln, ich weiß nicht. Eins von den zwei haben die Wikinger damals so abgerodet. Aber es müsste eigentlich Island gewesen sein. Boah, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, das müsste ich googeln. Essen haben wir genug. Die arbeiten immer noch schön weiter. Wir können es gleich machen. 30% schneller Steinbau. Ah, was haben wir hier? Früchte. Fisch. Brot. Fleisch. E-Quality 249, da nehme ich ein bisschen Fleisch raus. So. Ja, Leute, ich weiß, das ist jetzt gar nicht das Spannendste, was wir hier machen. Aber ich muss auf Stein warten, dass wir generell weitermachen können. Äh, auch wenn ich wieder alles... Bier. Stonepit. Wenn ich hier Waren haus, Minen... Der Stonepit, der als Mine. Das würde mich interessieren. So 270, Leute. Ich mach zumindest mal die Warenhäuser wieder. 24 schon wieder weg. Und dann warte ich, bis die anderen Häuser gebaut sind. Wenn überall die Warenhäuser wieder besetzt sind. Und die wenigstens schon mal wieder Sachen reinliefern. Gut, Warenhäuser haben wir voll gemacht. Da kriegen die Leute jetzt auch Jobs. So, ist besetzt. Besetzt, besetzt, besetzt. Minen sollte ich auch demnächst besetzen. Ich würde aber gerne jetzt noch hier unten auf die Stadt hier warten. Wir haben nur 35. Wenn ich unsere ganze Stadt jetzt überall wieder einsetze, die Leute... Dann ist alles wieder gleich leer. Warenhaus voll. Wir haben halt nur 5, Flo. Okay, das ist kacke. Äh... Gut. Get it raw. 37. Hier oben hat der 100% gehabt, grad. Oh, da ist ein Baum im Weg. Boah, da sind ein paar Patienten okay. Wir haben halt demnächst... So viel haben wir halt nicht mehr an Heilkräuter. Nächstes Problem, was wir haben, Heilkräuter. Überall. Wir haben genug Holz, wir haben genug Essen, wir haben genügend Planken. Okay, jetzt haben wir hier grad Null. Aber trotzdem... Die kriegen wir schneller als... Stein. Gucken wir mal... Tree of Life. Ob ich hier irgendwas noch machen kann, werden schneller produziert. Klamotten wahrscheinlich. Bier. Laufen schneller. Essen wächst schneller. Totem. Totem. Ne. Fisch. Äh, Boote schneller. Aber ich weiß jetzt nicht hier unsere globalen Effekte, Minen 5% schneller oder mehr Space. Wir machen beides. Und als nächstes holen wir uns hier die Taverne. Weil wenn wir die Taverne haben... Ja, ihr dürft joinen. Mehr Personen ist gut. Wenn ihr jetzt noch kein Haus habt, ihr werdet relativ schnell wieder Häuser haben. 300 Leute. Okay, eigentlich haben wir jetzt einen Stand. Und... Taylor... Taylor hoch. Fabenter. Blacksmith. Meiner. Müller. Herzmann. Schiffbauer. Müller. Also jetzt soll es eigentlich... gerade mal relativ gut laufen. Okay, hier haben wir, bauen wir gerade noch die Häuser. Müller. Fischer. Müssen wir halt wegen den Fischerbooten schauen. Wir brauchen noch mehr Fischerboote. Die aus der Stone Mansion... Wir haben hier noch so viel zu bauen. Ne, die lasse ich drin. Mal gucken, dass wir noch mehr Holz holen. Holz ist essentiell wichtig. Wieso ist unser Schiff mitten auf dem Wasser? Also... Äh... Okay. Super gemacht, Leute. Wir bauen einfach mal ein Kriegsschiff. Mal gucken, was passiert. Die kriegen hier schon mal jetzt alles hier rein. Das darf produzieren. Äh... Wunderbar, wie ein Fischer-Mann spielt. Fischer-Mann sind nicht glücklich mit den Newcomers. Fischer-Mann sind nicht glücklich mit den Fischer-Mann sind. Hier kommen sie, dass sie nichts mehr können. Fischer-Mann sind nicht glücklich mit den Fischer-Mann sind. Wir können nicht nur nicht fliegen, weil wir nicht nur noch viel Geld haben, weil wir nicht mehr genug Fischer-Mann sind. Wenn es nicht so ist, ist es so, dass wir nicht viel zu essen haben. Das ist, warum wir brauchen die Fischer-Mann zu nutzen. Äh... Hm. Was machen wir? Die Fischer sagen, die Neuankömmlinge, dadurch, dass sie ihr Zeug waschen, flüchten die Fische und sie fangen deswegen keine Fische mehr. Die Neuankömmlinge sagen, jo, sie haben nicht viel, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm... Wir können denen jetzt verbieten, dass sie ihr Zeug im See waschen. Wir können sagen, sie sollen es in den Wasserrädern... ... 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 so als weiteres Event kommt. Wir möchten unsere Leute zufriedenstellen. Die Neuankömmlinge sowie die Alteingesessene. ... ... ... ... noch mehr müller ich glaube wir können nächstes jahr dann wieder ich habe noch keine ahnung warum das schiff da mitten drin ist hier leute kommen wir parken einfach unser handelsschiff mit moffen wasser das gibt ja keine trau ja und wie kommen wir dahin weil wir müssen hinschwimmen okay dann sollen sie halt rüberschwimmen wenn sie lust haben aber sonst wahrscheinlich wenn ist es ein bug dass es hier drin schwimmt und ich habe uns tatsächlich dahin dann lassen ich habe keine ahnung okay wir haben wieder ein abnehmen wir haben gerade die sachen behoben soweit oh mann jetzt reist uns hier wieder alles ein okay holy shit also das reist diesmal alles mögliche ein ein haus nach dem anderen oh nee gerade waren wir auf dem stand so ja easy langsam läuft es wieder und dann denkt sich das game so wir hatten lange kein ableben mehr los rechnen wir ihm wieder die wichtigsten gebäude ein mann aber diesmal hat es halt wirklich wichtige gebäude erwischt drüben ist nichts eingestürzt hier oben zum glück auch nicht und ganz hier oben auch nicht wenigstens etwas also ja aber leute es ist mittlerweile wieder soweit wir sind an einem punkt angekommen dass wir in der nächsten folge weitermachen ich hätte gerne mal überfall oder sonstiges aber da brauche ich erstmal wieder soldaten weil wir haben keine leute wir haben jetzt ziemlich viel obdachlose wieder dadurch dass uns jetzt zwei abgerissen sind schlachtet die tiere über brenze hat sie unten irgendwas erwischt nein das ist noch nicht mal fertig gebaut ok das zweite schiff steht jetzt auch hier also wenn es nicht verwendet wird oder eingesetzt ist dann schwimmen die schiffe einfach hier ich glaube hier ist es nicht mehr eingesetzt nein heißt aber wenn ich das hier hinsetzen würde wenn ich es nicht hinsetzt dann schwimmt es ja einfach im offenen meer herum ok das ist cool ok die schiffe müssen ja an sich auch irgendwo hin ist ja logisch aber in vielen spüren ist das nicht logisch aber leute wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis zum nächsten mal ciao